Hi, ich bin Marc und heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch. Nämlich meine Top 10 Bücher von dänischen Autoren in 2022. Auf Platz 10 ist Glasflügel von Kathrine Engberg. Jeppe Körner ermittelt in einem spektakulären Mordfall, der ganz Kopenhagen beschäftigt. Im ältesten Brunnen der Stadt, inmitten der Fußgängerzone, wurde eine Leiche gefunden. Auf die Hilfe seiner Kollegin Annette Werner kann er diesmal nicht zählen, denn die muss sich statt um den Mordfall um ihr Baby kümmern. Und bald schon stößt Körner auf eine düstere Einrichtung für hilfsbedürftige Jugendliche und auf Leute, die ihre, sagen wir mal, eigene Vorstellung von Fürsorge haben. Die Autorin Kathrine Engberg hat mit Krokodilwächter in der Welt des skandinavischen Thrillers debütiert. Mit großem Erfolg übrigens auch international. Nach Blutmund ist jetzt Glasflügel der dritte Fall für Körner und Werner. Kathrine Engberg lebt mit ihrer Familie in Kopenhagen. Und auf Platz 9 ist der Panzer des Hummers von Caroline Albertine Minor. Nach dem Tod der Eltern haben sich die drei Geschwister der Familie Gabel auseinandergelebt. Während die alleinerziehende Sitzel als Restauratorin in einem Kopenhagener Museum arbeitet, schlägt sich Nils als Plakatierer ohne festen Wohnsitz durch. Er, die Älteste der drei, lebt seit Jahren in San Francisco und versucht mit einer Seherin Kontakt zur verstorbenen Mutter aufzunehmen. Doch dann müssen die Geschwister auf einmal Stellung zueinander und auch zu ihrer Vergangenheit beziehen. Ein beglückendes und zärtliches Buch über das Wagnis, alte Hüllen abzustreifen und auch mal Veränderungen zuzulassen. Die Autorin Caroline Albertine Minor hat mit Welsing Nelser eine Nominierung für den Preis des Nordischen Rates verdammt bekommen. In Amerika wurde eine der Geschichten mit dem renovierten O'Henry Prize ausgezeichnet. Der Panzer des Hummers wurde sowohl von der Presse als auch vom Buchhandel wärmstens aufgenommen und in mehrere Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Kopenhagen. Und auf Platz 8 ist der Susan-Effekt von Peter Höck. Sie waren eine dänische Vorzeigefamilie, doch jetzt werden sie von der Polizei gesucht. Laban Svensson, der Komponist, Susan, die Experimentalphysikerin und ihre 16-jährigen Zwillinge. Ein hochrangiger Justizbeamter schlägt Susan einen Deal vor. Er wird ihre Familie retten, wenn sie ihm das geheime Protokoll eines wissenschaftlichen Gremiums beschafft, das die Gefahren der Zukunft erforscht. Doch plötzlich kommt ein Mitglied dieser sogenannten Zukunftskommission nach dem anderen um. Und das auf wirklich grausame Weise. Susan begreift, dass sie es mit einem kriminellen Interessensgeflecht in den besten Kreisen zu tun hat. Mit ihr witzigen Einfällen, technischem Know-how und ihrem einzigartigen Susan-Effekt kämpft sie darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Der Autor Peter Höck ist 1957 in Kopenhagen geboren, studierte Schauspiel-, Tanz- und Literaturwissenschaften. Mit dem Roman Fräuleins Müllers Gespür für Schnee, der ja auch als Verfilmung sehr erfolgreich war, wurde er dann international berühmt. Nach zahlreichen Reisen gründete er eine Stiftung zugunsten von Frauen und Kindern in Entwicklungsländern. Peter Höck lebt heute in der Nähe von Kopenhagen. Und auf Platz 7 haben wir Liberty von Jakob Ayersbö. Tropische Hitze und intensive Gefühle auf einer Reise ans Ende der Nacht. Tansania in den 80er Jahren. Christian ist der Sohn dänischer Eltern, die in Afrika leben und als Entwicklungshelfer arbeiten. Er fühlt sich zunehmend alleingelassen und freundet sich in seiner Not schließlich mit Markus an, einem schwarzen Jungen aus einer, ja, noch problematischeren Familie. Die Dinge spitzen sich zu, als die Ehe von Christians Eltern rapide zerfällt und seine Schwester auch noch bei einem Autounfall ums Leben kommt. Er sucht Trost und Halt in seiner Freundschaft zu Markus, aber auch hier läuft nicht alles so wie gedacht. Der weiße Junge wünscht sich nichts sehnlicher als schwarz zu sein und der schwarze Junge nichts mehr als ein Weißer zu sein. Der Autor Jakob Ayersbö wuchs in Dänemark und Tansania auf, wo seine Eltern übrigens als Entwicklungshelfer arbeiteten. Bereits mit seinem ersten Roman Nordkraft in 2002, für den er auch den dänischen Buchpreis erhielt, gelang ihm in Dänemark der Durchbruch. Sein wilder, anarchistischer Stil begeisterte Kritiker, aber auch Publikum. Seine große Afrika-Trilogie Liberty, Exil und Revolution war 2009 die literarische Sensation des Jahres in seinem Heimatland. Er bekam dafür posthum den großen Preis des dänischen Rundfunks verliehen und die Bücher standen wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und auf Platz 6 haben wir jetzt Das Alphabethaus von Jussi Adler Olsen. Der schaurigste Kriegsschauplatz ist die Seele. Es ist 1944. Die jungen britischen Piloten James und Brian, unzertrennliche Freunde seit ihrer Kindheit, stürzen über deutschem Territorium ab. Schwer verletzt und unter falscher Identität gelangen sie in eine Nervenheileinstalt im Schwarzwald. Ihre einzige Chance zu überleben besteht darin, psychisch krank zu spielen. Noch wissen die beiden Männer nicht, dass erst hier im Alphabethaus die wahre Hölle auf sie wartet. Und Jahrzehnte später kehrt mit Gewalt zurück, was längst vergangen und vergessen schien. Und es fordert unerbittlich neue Opfer. Jussi Adler Olsen veröffentlicht seit 1997 Romane. Seit 2007 die erfolgreiche Serie um Karl Merck vom Sonderdezernat Q. Er ist einer der erfolgreichsten Bestseller-Autoren weltweit. Seine vielfach preisgekrönten Bücher erscheinen in über 40 Ländern und werden mehrfach verfilmt. Und er taucht auch in dieser Liste nochmal auf. Und auf Platz 5 ist Unruhe von Jesper Stein. Axel Steen, Ermittler im Kopenhagener Morddezernat, wird von einer inneren Unruhe getrieben. Die panische Angst, sein Herz könne plötzlich aufhören zu schlagen, hält ihn Nacht für Nacht wach. Von der Fensterbank seiner Altbauwohnung blickt er über die Straßen von Nörrebro, dem Künstler-, Drogen- und Rotlichtviertel Kopenhagens. Als während der Unruhm um die Zwangsräumung und den Abriss des Jugendzentrums eine Leiche gefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf die Einsatzkräfte der Polizei. Denn die sogenannte grüne Lunge des Viertels war während des Räumungseinsatzes von den Ordnungskräften abgeriegelt worden. Hat die Polizei einen der jungen Leute aus dem Jugendzentrum so einfach kalt gemacht? Steen gerät unter Druck. Und bald jagt er nicht nur einen Mörder und durch das eben von Rauchbomben vernebelte Nörrebro, sondern muss selbst um sein Leben kämpfen. Offenbar ist der Fall für einen von ständiger Todesangst geplagten Ermittler der Mordkommission dann doch eine Nummer zu groß. Der Autor Jesper Stein ist Journalist und arbeitete als Kriminalreporter in Kopenhagen. 2008 erschien sein Bestseller über Bent Isager Nielsen, den Leiter der Sektion 1, dem dänischen Pendant zum FBI. Das Buch erklärt unter anderem, warum Dänemark die weltweit höchste Aufklärungsrate beim Mordfällen aufweisen kann. Jesper Stein lebt in Nörrebro, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und Aisha ist ein vierter Roman um den Kommissar Axel Steen. Eine Verfilmung der ersten drei Bände ist in Planung und Jesper Stein ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem goldenen Lorbeer, dem wichtigsten dänischen Literaturpreis. Und auf Platz 4 haben wir den Der Fluch der bösen Tat von Leif Davidsen. Das ist ein packender Politthriller, bei dem der Autor vom Besuch von Salman Rushdie in Kopenhagen inspiriert wurde. Eine mit der Fatwa belegte Schriftstellerin soll gegen Ende des Balkankrieges eine Pressekonferenz in Dänemark geben. Während der serbische Auftragskiller Vuk die Autorin für die iranischen Mullers umbringen soll, liegt es in der Hand des dänischen Kommissars Per Toftlünd, sie so unauffällig wie möglich zu beschützen. Dabei bewegen sich Vuk und Toftlünd bei ihren Planungen immer mehr aufeinander zu, bis nur noch wenig Zeit bleibt, den Mord zu verhindern. Der Autor Leif Davidsen ist 1950 in Otteröp geboren, lebt heute als freier Schriftsteller in Kopenhagen. Zuvor arbeitete er als Journalist, unter anderem als Korrespondent in Spanien und Moskau und als Nachrichtenredakteur fürs Fernsehen. Für seine literarische Arbeit erhielt er schon zahlreiche Preise. Und auf Platz 3 haben wir Mord im Dunkeln von Dan Terrell. Im Kopenhagener Stadtteil Westerbrö mit seinen Bars, Kaschem und zwielichtigen Etablissements geht es immer etwas rauer und lebhafter zu als im übrigen Kopenhagen. Aber zwei Morde in zwei Tagen sind dann dennoch hart an der Grenze des Annehmbaren. Findet Kommissar Ehlers bei seinen Nachforschungen heraus, was da los ist? Naja, er trifft auf einen wendig-windigen Kriminalreporter eines Boulevardblattes, der vielleicht mehr weiß, als die Polizei erlaubt. Der Autor Dan Terrell, auch oft Onkel Danny genannt, geboren 1946 und gestorben 1993, war ein dänischer Schriftsteller und Journalist. Bis Dan Terrell von seinen Büchern leben konnte, übte er zunächst zahlreiche unterschiedliche berufliche Tätigkeiten aus. Er wurde Buchautor und war zudem als Journalist und Verfasser von Songs für Beatgruppen tätig. Er liebte Kopenhagen, besonders das Viertel Westerbrö, und schrieb immer wieder über all diese Facetten seiner Stadt, bis ins kleinste Detail. Und auf Platz 2 ist Zwei Tage im Juli von Stig Dalaia. An zwei Tagen im Juli 1944 werden die Fesseln der Geschichte für einen Moment abgestreift. Mitten im Zweiten Weltkrieg scheint der Frieden in Nazi-Deutschland auf einmal zum Greifen nah. Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg plant ein Attentat auf Adolf Hitler. Er weiß, er hat nur eine Chance, möchte er den Führer töten. Die Geschichte zeigt, es wird ihm nicht gelingen. Und er selbst wird für seine mutige Tat, wie viele andere seiner Mitwisser und Mitplaner, mit dem Leben bezahlen. Aber Stig Dalaia erzählt in diesem fesselnden Roman die wohl dramatischsten 48 Stunden der deutschen Geschichte. Der Autor ist einer der bekanntesten dänischen Schriftsteller. Er hat zahlreiche Prosa-Werke, Theaterstücke, aber auch Filmdrehbücher verfasst. Nach längeren Aufenthalten in Leipzig, New York und Wien lebt er heute in Kopenhagen. Zwei Tage im Juli war sein erstes Buch, das auch auf Deutsch erschien. 2005 erschien der Hans-Christian Andersen Roman Reise ins Blau. Und damit kommen wir jetzt auch zu Platz 1, Verachtung von Jussi Adler Olsen. Da ist er wieder. Eine Reihe vermisster Personen aus dem Jahr 1987, die durch eine Person und deren entsetzliches Schicksal verbunden sind. Eine Frau ohne jede Chance auf ein selbstbestimmtes Leben und von ihren Mitmenschen brutal misshandelt. Sie wird durch einen fanatischen Arzt zwangssterilisiert und nach Sprogel verbannt, der Insel für ausgestoßene Frauen. Aber sie wird zurückkehren und auf grausame Art und Weise Rache nehmen. Und der Autor Jussi Adler Olsen, der jetzt zum zweiten Mal erscheint, wurde 1950 unter dem bürgerlichen Namen Karl Waldemar Jussi Henry Adler Olsen in Kopenhagen geboren. Er studierte Medizin, Soziologie, politische Geschichte und Film. Bevor er 1995 mit dem Schreiben begann, arbeitete er in verschiedenen Berufen. Als Redakteur für Magazine und Comics, als Koordinator der dänischen Friedensbewegung. Er war Verlagchef im Bonnier Wochenblatt TV Gaiden und Aufsichtsratsvorsitzender bei verschiedenen Energiekonzernen. Und er hat ein Hobby, das Renovieren alter Häuser. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Und das waren auch schon meine heutigen Top Ten für euch. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis gleich.